Also Herr Albig, ich glaube es ist ein Kompliment für die Veranstaltung, wenn der Ministerpräsident Termine verschiebt, um länger hier zu bleiben, um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Kein Kompliment, es ist einfach sehr spannend gewesen, was da eben präsentiert wurde. Das war eine sehr kluge Präsentation, sehr intensiv sich damit beschäftigende Menschen und es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuhören. Das war eine gute Diskussion. Viel besser als das, was man oft von Profis hört und man merkt, dass es eine gute Idee war, auch junge Leute zusammen Economic Summit zusammen zu rufen. Das hatte viel Qualität und hat Spaß gemacht. Und Sie sind ja gerade in letzter Zeit sehr Summit oder sehr Treffen erfahren, also Sie hetzen von Termin zu Termin. Wie sehr freut es an, dass man hier auch mal so in Kontakt mit der, ich sag mal, noch nicht ganz Wählerschaft kommt, aber so mit den jungen Leuten und mal hört, was die bewegt, wie die an gewisse Problematiken rangehen würden? Es freut mich sehr, weil man sieht, dass diese ganze Gerede von desinteressierten jungen Leuten in der Breite dummes Zeug ist, sondern dass da großes Interesse ist, ein kluger Blick auf die Welt stattfindet. Ich habe jetzt eben zwei tolle Präsentationen zur Stadtentwicklung der Zukunft. Alle nennenswerten Probleme sind angesprochen worden und eben auch Ansätze, wie man Dinge lösen kann. Und wenn ich das so höre, wenn ich das so sehe, dann macht einem das Mut, dass manches der eher langweiligen Ansätze, die meine Generation so bringt, dass das die nächste noch ein bisschen dynamischer überwindet. Und vielleicht kann man da auch ein paar Inspirationen mitnehmen, dass man nicht ganz so lange warten muss, bis die dran sind, sondern dass auch wir das noch ein bisschen schneller hinkriegen. Sie sprechen gerade schon Inspirationen an. Gibt es da was Spezielles, wo Sie sagen würden, das war eine richtig gute Idee? Ich fand die Ansätze, wie verändere ich denn den Verkehr in Städten, sowohl mit Fallbeispielen aus Brasilien, als auch mit mutigen politischen Konzepten, die gefiel mir ganz gut, weil da eine Menge, das ist zu Recht auch angesprochen worden, politischer Sprengstoff drin steckt. Aber wenn man das hört von den jungen Menschen, die ja demnächst dann auch Parlamente bestimmen, was sie sich denn zutrauen, die nannten das jetzt Incentives, ich bin nicht ganz sicher, ob der ADAC das auch so nennen würde, was da eben vorgeschlagen wurde, aber wenn man das mal angeht und sagt, wie kriegen wir denn die Städte so, dass sie lebenswert sind und nicht irgendwie vollgerammelt mit Autos, wo du kaum noch atmen kannst, dann macht das Mut, das zu sehen und vielleicht wird man für sowas ja nicht abgewählt, sondern gewählt in Zukunft. Wenn das die Wählerinnen und Wähler sind, dann kann das ja so sein. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ist man denn dann glücklich, wenn man sieht, dass die Wähler der Zukunft auch schon ein Auge haben auf die Probleme von heute? Das ist, Glück wäre jetzt zu viel, das ist gut zu sehen, dass junge Leute nicht nur an ihren ersten Gehaltsstreifen denken und wie sie eine möglichst schicke Wohnung irgendwie in der HafenCity bekommen, sondern über Leben und Welt nachdenken in all ihren Bezügen. Nur so kann es ja auch sein und das macht einen dann froh, dass das so ist und wie gesagt nochmal, dass dieses Gerede, dass wir auf eine völlig unpolitische Generation das treffen, ich erlebe immer wieder das Gegenteil und das heute war auch wieder so ein Teil davon. Das heißt, dann würde ich jetzt nochmal abschließend fragen, Erwartungen erfüllt oder Erwartungen sogar übertroffen? Nein, Erwartungen erfüllt. Ich hatte eine hohe Erwartung, weil ich das GES schon lange verfolge, immer ja auch Schulen beteiligt waren und ich fand das eine tolle Idee, dass man es nochmal rauszieht und sagt, wir machen das jetzt glaube ich mit 13 oder 14 Schulen und hoffe, dass das eine Bewegung wird, die vielleicht auch irgendwann unabhängig vom GES stattfindet und sagt, wie sammeln wir, also wie bringen wir nicht nur was bei, sondern wir nutzen wir auch das, was an kreativem Potenzial bei den jungen Leuten schon vorhanden ist, um das auf so einer Zwischenebene vielleicht dann auch den Wissenschaftlern und Politikern auf einer anderen Ebene zuzuspielen. Ich glaube, Gesellschaften brauchen viel mehr Interaktion, viel mehr Austausch, viel mehr Beharren auf schon fertigen Lösungen. Es gibt viele Probleme, die wir heute haben, gucken sich die Flüchtlingskrise an. Niemand hat dafür eine Lösung. Nicht, weil wir so dämlich wären, sondern weil es ein Problem ist, das es bisher so nicht gegeben hat. Also können wir es uns glaube ich gar nicht erlauben, dass wir all die Klugheit, die da schon da ist, dass wir die ausblenden, sondern wir sollten viel mehr Plattformen schaffen und da ist so ein Yes Summit, eine gute Plattform, wo das ausgetauscht wird, nicht einfach nur maus und fähig zu machen, sondern um es tatsächlich echt zu nutzen. Also wir sehen, der Ministerpräsident ist begeistert und wenn das vom Ministerpräsidenten kommt, dann ist das glaube ich schon ziemliches Lob für die Veranstaltung. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Tschüss. Und viel Spaß dann gleich noch.